Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 1, letztes Bataillon, erste Map. Nein, nein, kenne ich nie zu mir. Ich bin auf den Schiff. Jungs, wer will auf die Mauer? Wer will auf die Mauer? Wieder einnehmen und dann auf die Mauer. Na komm, irgendwer muss jetzt joinen, wenn er auf die Mauer will. Ich bin drin. Lass erstmal die Panty um. Warte, ich versuch mal Bomben abzuwerfen. Hab ich, auf die Mauer. Du müsstest am besten rausspringen, dann joinet Giddy und dann springt er raus. Ich rückte einen Panzer vor. Von, von Dude, oder? Ach, die Scheiße. Ich bin aber weg, ne? Oh, doch nicht. Ich bin rausgesprungen, bin auf der Mauer. Ich nicht, ich hab mich verdrückt. Nein, er ist runtergesprungen von der Mauer. Warte, 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 warte. Ich hab gerade drei Ecke drückt gehalten. Luftschiff muss ja einfach noch B-Bomb hat, ja. Ich spawn wieder bei dir und muss schon. Weil ich mich rausgesprungen. Ich springe jetzt vom Luftschiff auf B. Nein, ich bin leider runtergelandet. Ich bin in der Luft, ich bin in der Luft gespawant. Und ich schlage da auf der Mauer. Fuck, ich muss noch ein B-Bomb. Der Gang. Ich bin drauf, ich warte, ich bin hinter uns. Ich bin hinter uns, Gang. Oder macht ihr lebt. Ich hab nicht getötet, Alter. Ich hasse diese Scheiße. Tut mir leid, fucker. Ich hab eine Scheiß-Klasse. Das muss ich wechseln. Ja, ja, ich will es, ich will es. Ich muss eh zurück. So geht die Spammer bei dir, ne? Ich bin oben auf der Mauer. Wir schaffen das. Wir haben Cäsar-BG. Ich bin auf der Mauer. Wir haben Einsatzziel Cäsar. Du brauchst noch B, reinspringen. Durch Fallschaden. Nein, wir haben C voll wieder verloren. Du brauchst von B erstens nicht runterspringen, weil du nicht für einen Fallschaden stirbst. Wir haben Einsatzziel Werther erobert. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Alter, jetzt sind die wieder auf B. Aber kannst du eh verhalten? Der Lüftschutz kann ich wieder vergessen. Kannst du mich, kannst du mich da holen, Kenny? Du bist denn? Wenn ich jetzt runterspringen, bin ich ins den Tod. Habt mich gerade ausprobiert. Ja, Kenny, können die ganze Zeit zurückrennen. Bitte. Wie, die Bombe? Wo soll ich denn zurückrennen? Wo? Wo oder was? Wieso ich spawnen hier? Ich spawnen hier. Alter, du stehst als Sanidad und ich spawnen, ey. Ganz ehrlich, kein Wunder, dass ich so schüttel bin. Also, ich bin schon wieder drin. Jetzt bin ich wieder oben. Ne. Kein Wunder, dass wir so schnell verlieren, weil wir einfach mal einen Scheiß mitzahlen. Das kann ich uns geben erzählen. Das Luftschuh fahrt auf eine Steinwand geschossen, die ich eingestürzt bin tot. Und nochmal so ist die ich los. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Das Luftschuh fahrt auf eine Steinwand. Maaaaaaa... Diese Fick-Sniper, Alter. Ja, die sind so wohl blind und blut sind so in der Region. Diese Leute, die nur Sniper sucht... ...hangen ein Rumpfen... ...hans ehrlich. Hilfe! Ich brauche echt Hilfe! Alter, keine gespawnt. Wir haben auch noch gespawnt. Ich bin gespawnt bei dir und drück hier. Ich drück nach vorne drauf. Und ausgesehen noch X dazu und hier erspringt von dem Ding. Wir haben C. Wir verlieren A und B wieder. Panzer-Granade! Mann! Diese scheiß Granatenwerfer-Kacke! Jetzt verlieren wir wieder C und A. Haben wir auch verloren. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Bullshit. Mann! Mann! Hör raus! Nicht der Sinn! Nicht der Sinn! Mal locker! Ich steh hier oben und kann man auch sehen, dass ich in die Regen denke, Alter. Ich leb aber! Der auch immer den Typen gerade weggeknallt hat. Der gerade hier... Ich von hier oben! Gott! Der hat mich gefecht! Ich von hier oben! Ich hab' kein Mensch gesagt Nachladung zu. So, ich hab' dann schon mal A erobert. Ich erober' zu dritt erobern wir A. Aber niemand schafft es zu 100-fach oder so C zu erobern. Ich mein' Gott! Was das Problem ist! Wir haben Einsatzziel Albert erobert! Äh! Warte! Warte! Äh! Ne! Ich war schon der Animation, wo ich den Typen aufgespießt hatte. Er drückt mir schon gerade ab, tot! Das war ein anderes Thema. Wir wollen C! Wir wollen C! Wir wollen C! Naja, hau doch auch nicht! Oh Mann! So was ich kann haben mit C! So ein schnelles Einnehmen! Ich dachte mir gerade jetzt Hammer! Ich hab' das mit dem Mann! Ich hab' das mit dem Mann wieder reden! Die sind schon gar ein Typen! Das schreckend gucken! Wau' geh' die! Schön, dass du reinkommen konntest! Ich wollte mir nochmal weggeknallen! Warte, 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 warte! Warte! Wir wollen C! Das wollen die alle! Wir wollen C! Wir haben C! Der Ouberd! Wir haben C! Der Ouberd! ane k die hat wie auf die mauer der probleme die stürmer die haben schon wieder die engelme 2 schafft es doch nicht wir haben fast A kommt Jungs jetzt A die haben die sind bei b auf den mauren aber wenn ihr es schnell schafft dann haben wir es wir verlieren c und wenn die bei c ist bohren sie erst mal draußen und b verlieren wir jetzt auch so so knapp wir haben einsatz ziel bertha verloren siehst du sagst du gehst wieder auf der mauer und ich hab von mörsern weg jetzt ey ist das ein ganzer erste helfe greif zu wir haben c wieder wir haben c wieder c ist halt einfach die hülle los ich spawne bei a1 sind gar nicht hier wir haben einsatz ziel caesar erobert kann ich mir die wunde mal ansehen ich sehe mir die wunde an wir haben c noch gerade so perfekt wir haben c verloren also c hat mit save verloren wäre jetzt länger gedauert das ist so wie die als ob der typ mit schott kann immer noch hier rum rein fick dich doch du fix genau da ganz ehrlich komm die schaffte ja einfach wo nicht ich warte darauf dass ihr die gekillt habt dann guck mal ob ich den Panzer krieg die schaffte 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 gesichert das ist manchmal so krampfhaft kommt Panzer nicht aus anderes das letzte einsatz ziel ist zum schaue nein doch nicht ich brauche ansagen ich brauche keine ansagen ich brauche Unterstützung wo bist du alter ich will nicht mehr keine Unterstützung bist du denn ja es kommt zwei gar danke verlebt mich wieder komm perfekt ja wir holen B Gidi komm her und ein Garnade hier gibt es nicht nur eine Schläge irgendwo wir müssen durchschalten wir haben D verdammt nochmal das ist der das ist der zwei neue der zum der Gini danke warum danke was hat sich mal kommen können Ich wollte dich mal anlehren, bei euch, man. Wir hatten B fast, jetzt einfach nur spawnen müssen. Alter, guck dir an, wo unser Panzer steht. Ich war bei A und hab gelebt. Guck dir an, wo unser Panzer steht. Das bringt uns aber nichts. Die Fronten auf A sind zu. Du kommst da nicht rein. Nicht so schnell, als wenn du von hinten aufwollst. Das reicht mir schon. Damit kommst du auf die Beine. Der Artillerie-Bagen, was macht der rein? Unser Panzer war auf der B. Ich glaube, das war das B. Oh, du kommst da drüber. Jetzt ist es aber ein Sniper. Oh, nice. Hey Leute, dort wo ich jetzt am Magen bin, da hinten steht ganz... Oh, lol. Ich hätte gesagt, dass du da... Ja, ganz da hinten... Lass mich deine Wunden versorgen! Laufsamer! Wir werden ja ganz außenrum, hier hinter dem Gebäude, steht ein verkackter Artiller-B-Wagen. Das ist ein Sniper. Irgendwelche Mörsern, die ist Artillerie-Wagen, oder was machen die? Ja, von der Art. Weil... Ja, wir killen das Geschütz. Der killt uns gerade, und wir sind... Ich bin von zwei Seiten gesnipet! Den steht beim Baum, und ihr checkt den schon was. Er ist genau neben mir. Okay, er steht auf den Hang. Wie unfair ist das, der Artillerie-Wagen... Ich hab ihn geholt, der Artillerie-Wagen steht nicht in unserer Kante. Wir können ihn schon. Boah... Egal, ORB. Das ist das Schlimmste für Sie. Bei A. Ach, das war das Spiel. Ich hab' die ganze Zeit gefragt, welches Spiel so war, dass du, äh, Türen aufbrennen konntest. Jetzt hat sich rausgefunden. Oh Gott, ich bin low. Ich bin low. Kommt vor uns, Gebäude. Auch jemand, der... Halt, auf die Maus. Die kämen zu dritt in dem Haus. Alle drei Schrot. Tun wir auch. Bei A. Mit Schrot. Die kämen zu dritt in dem Haus. Inste. In der Ecken. Ich krieg dich wieder hin. Ich hab' Hilfe, greif zu! Ja, ich... Ich bin vorgefallen. Oh Gott. Nein, ich bin vorgefallen. Hier! Erste Hilfe für dich! Ich flitten will unten. Hey Mann! Danke! Ja. Ja. Ach so. Annen, Annen! Wissen! Warum? Hier! Erste Hilfe! Oh Gott. Ich soll's mal hier nicht zur Fütter gehen. Nein, kein Flammenwerfer. Er hat mich nicht gesehen. Ja, darf jetzt A, ne? Das, das, was ich sehe. Ja, von R. Er hat mich nicht gesehen. Ich bin der Meinung, dadurch, dass wir jetzt B angreifen, raufer wir A. Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Ja, das sagt jetzt was! Erste Hilfe, nötchen! Ich schieb unter Tisch bei B. Wir haben Probleme. Unser Haus brennt unter Flammenwerfer. Erste Hilfe, warte! Belebniswahl. Was ist denn? Äh, wir haben Probleme. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Hilf, nein! Ich... Das ist du! Ich griffe es raus, ich bin hier hinten! Für dich, Kamera! Erste Hilfe! Äh, Kenny! Ich bin gefastet, wohl! Ja, genau! Ich bin losgefallen! Hilfe! Wo ist das? Erste Hilfe, greif zu! Schaffe eine Granate. Hallo? Was machen wir hier? Komm ich dann wieder rein? Kein Problem. Ja, hat ihr eine Granate hochzupackt? Alles klar. äh ich ich hab nichts gecheckt ach gucke durch die Aktion haben wir A genau das war der Grundhinder der auf einmal war ich im unteren Stockwerk und hab einfach nicht so jetzt könnt ihr eigentlich A holen wenn wir B wenn wir gut arbeiten wenn wir gut sind dann haben wir schon mal schon so genetzt und alle übes umleinander ja Alter schlägt krass nicht Hilfe nein ja wir haben uns gesehen Kendi ich schläg irgendwo ich bin genauso tot komm push doch mal ihr Wichser ja und dann noch mal ja 40 Leute ich bin bei A wieder ab im Flugzeug äh ich war, ich war schon an der Mauer sitzen Jungs die respawn genau hinter B wir verlieren einsatz zu unser Panzer immer noch bei A steht ich verstehe warum wir A verlieren Aaaaaaah wir haben A wir haben A alles gut alles gut ah ich hab A eingeklug aber ihr seid auch so weiter Jungs was macht ihr denn Aaaaaaah Alter wir haben solche Ransmails ganz ehrlich wer immer das ist wer auch immer dabei war außer wir 3 sondern das ist der Typ der Panzerhaut das sind einfach die typischen Panzerhauter du bist ein Stück Scheiße nein das kann keinem erzählen was war das der Bomber und der hat Brandgranaten geworfen das war nur um die 10 Granaten und ich war genau drin nein ich hab wir haben verkackt ja wir haben leider verloren ihr kommt da nicht rein außer wenn die die zu stür das war guck dir mal ein wo unser Panzer steht links aus nächster Mann ich sag dir wenn ich raus bin der Panzer ist du sag ich war auf die KT wenn jetzt der Panzer war ich bin noch gerade schade Alter seit wann schieß es gibt es Sniper was man sich auch schießen kann ich kenne ich kenne nur die Pferdesniper die können um die schnell schießen weil der hat mir grad übel gegeben man kann nur spekulieren was passiert wäre wenn das Deutsche hier nach vier Jahren war das deutsche Volk des Krieges längst überdrüssig und das Reich begann zu bröckeln und da immer noch amerikanische Truppen in Europa landeten wäre ein Sieg der Entente wohl noch immer möglich gewesen so warte noch auf die Bewertung jeweils den Punktestand also ich hab äh 15.000 Punkte glatt 10.000 und 1.68 machen sie ein wie die Punkte 9.4 mit Sniper mit Sniper kann man nicht so viele Punkte machen wir halt ja noch ernst nicht die Battlefield kriege ich schon mal nicht ne doch hab ich ich war 7. mal wieder 7.35 ok das war's mit der Folge Battlefield 1 ich wünsche allen noch einen schönen Tag auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und tschüss x